Dadadadam, weiter geht's. Gegen ein Level 2er Ash, Ash Ketchum aus Alabastia. Level 2, was machen wir, was machen wir? Er geht mit einem Riesen los, wir setzen unseren Pekka und die Bogenschützen und da kommt ein Prinz an, das ist nicht gut. Der Prinz hat natürlich unseren Pekka wieder hier im Visier, das ist nicht schön. Herr Pekka hat es gerade so überlebt, ich hoffe mal, wir kriegen den Prinz down, weil der Prinz ist echt schwierig. Ja, das war's, das war's. Sehr gut, dann unser Drachenbaby hinterher. Sehr gut, wir haben den gegnerischen Bomber auch damit erledigt. Und jetzt haben wir hier einen schönen Push auf der linken Seite. Das Drachenbaby dürfte ordentlich Schaden machen und hier auch tanken. Wunderbar, Drachenbaby macht Schaden. Und jetzt heizen wir den Gegner hier auf der rechten Seite ein. Links, da kümmere ich mich jetzt mal nicht drum. Bogenschützen auf der rechten Seite. Die Musketierin dürfte mit einem Schuss weg sein, aber die Bogenschützen machen vielleicht ein bisschen Schaden. Deshalb setzen wir da noch ein paar Kobolde hin und auf der rechten Seite läuft das Ganze ganz gut. Links haben wir auch die Bogenschützen abgewehrt. Sieht super aus, die Kobolde machen auch noch ein, zwei Schläge hier. Dann setzen wir den Bomber hier für die gegnerischen Kobolde. Kopfschon, Kopfschon, ein Schuss, ein Schuss. Yes, sehr gut. Und dann haben wir unseren Babydrachen und Drachenbaby wieder bereit für den gegnerischen Riesen. Sieht momentan sehr, sehr gut aus. Wir haben die gegnerischen Türme schon fast down bekommen. Der Gegner setzt uns eine Musketierin und haben selber nur sehr, sehr wenig Schaden einstecken müssen. 16, ja, das dürfte locker machbar sein. Wir gehen hier auf drei Sterne, definitiv. Wir waren, glaube ich, die letzten Male auch noch nicht mal in Overtime drin. Das werdet ihr jetzt gleich mal sehen. Denn wenn die Restzeit nur noch eine Minute beträgt, dann beschleunigt sich die Elixierproduktion. Und zwar sehr, sehr drastisch. Jetzt haben wir hier die Restzeit doppelt das Elixier. Jetzt überlegen wir mal. Und Drachenbaby hier hin zur Verteidigung. Jetzt besiegen wir erst die gegnerischen Truppen und dann gehen wir hier auf harten Angriff. Kobolde hier, um den Riesen zu besiegen. Und ein Prinz. Dann setzen wir unseren Riesen, um den Gegner hier noch ein bisschen mehr unter Druck zu setzen. Bomber hinterher. Unser Babydrache dürfte hier auch relativ viel Schaden machen. Musketieren, sehr gut. Und jetzt haben wir noch ein Drachenbaby hier am Start. Mehrere Bomber. Und jetzt heizen wir den Gegner ein. Jetzt heizen wir ihn so richtig ein. Wir haben noch 20 Sekunden. Komm schon, komm schon, komm schon. Volle Pulle drauf. Jetzt geben wir ihm alles. Wir geben ihm alles. Das war's für ihn. So, geben wir ihm mal einen Daumen hoch. Einen Thumbs up. Tja, tut mir leid. Schlecht gespielt. Nein, nein, nein. Eine Goldtruhe haben wir gewonnen. Die Goldtruhe ist natürlich etwas besser als die Silbertruhe. Und ihr seht hier, die Silbertruhe braucht 4 Stunden, äh, 3 Stunden zum Anlocken, zum Aufmachen. Die Goldtruhe braucht 8 Stunden. Heißt, die Goldtruhe, die machen wir lieber so über Nacht auf oder so. Also kurz vorm Schlafen gehen, wenn man denn seinen Schlafensrhythmus danach stellen möchte. Startet man die Goldtruhe. Und wir können auch noch eins weiter hier nach links switchen. Oh. Dann sehen wir hier, hier gibt es auch noch Karten zu kaufen. Hier kann ich, jeden Tag kann ich hier Karten kaufen. Zum Beispiel momentan. Heute gibt es als gewöhnliche Karte den Bomber. Als seltene Karte den Minipacker. Und als epische Karte das Drachenbaby. Aber 2000 Gold ist halt einfach eine Riesenstange Geld. Das lassen wir, glaube ich, lieber mal. Aber den Bomber, den können wir uns ein paar Mal kaufen. Es wird natürlich mit jedem Mal teurer. 6, 7, 8. Jetzt lassen wir es mal, weil es könnte nämlich sein, dass wir... Ah, okay, wir brauchen nur 20 Gold. Sehr gut. Bomber Level 3. Und dafür gibt es ein paar EXP. 5 an der Zahl. Hier unten können wir uns auch eine Riesentruhe kaufen. Für Gems natürlich. Heißt, wenn man wirklich Geld investieren möchte oder so. Hier seht ihr auch die Preise ungefähr. Für 100 Euro kriegt man 14.000 Gems. Das sind, ähm... Ja, da kriegt man von diesen Super-Magie-Truhen ein paar rein, aber nicht so viele. Das sind vielleicht, äh, neun. Ja, acht und ein paar zerquetschte. Heißt, man kriegt für 100 Euro acht von diesen Super-Magie-Truhen. Ob sich das rentiert für ein Spiel? 100 Euro? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber wer es nötig hat. Man muss es nicht machen. Man bekommt auch so die, ähm, Magie-Truhen, die wirklich, wirklich sehr, sehr viele Sachen beinhalten. Wir schauen uns die hier mal an. Äh, mindestens eine epische, sechs seltene und insgesamt 30 Karten. Sowie 200 bis 250 Gold und die Super-Magie-Truhe mit 1200 bis 1500 Gold und 180 Karten. Sechs epische und 36 seltene ist natürlich Wahnsinn, Wahnsinn. Aber, wie gesagt, ich werde das nicht machen. Vielleicht, wenn ich mal, ähm, genügend Gems gesammelt habe, werde ich mir so eine Magie-Truhe so kaufen. Aber ich werde definitiv kein Geld da rein investieren. Ich könnte mir auch Gold hier unten kaufen. Aber, ich glaube nicht, dass es das, äh, dass das notwendig ist. Eine Krone brauchen wir jetzt noch. Die eine Krone holen wir noch. Und dann machen wir erstmal ein bisschen Pause. Du kannst keine neuen Truhen erhalten. Trotzdem einen Kampf beginnen. Ja. Ihr seht, ich habe jetzt unten meine Truhen-Slots hier voll. Heißt, ich kann da praktisch durch einen neuen Kampf keine Truhen mehr reinbekommen. Aber ich möchte ja trotzdem noch kämpfen. Es macht meistens dann nur Sinn, wirklich, ähm, einen Kampf zu machen, wenn praktisch unten wieder die Truhen-Slots frei sind. Oder ich eben meine Kronentruhe bekommen kann. Äh, ansonsten hat es eigentlich keinen Sinn, einen Kampf zu machen. Das finde ich ist noch ein bisschen verbesserungswürdig. Beziehungsweise natürlich, man bekommt Trophäen. Wir haben momentan 90 Trophäen. Wenn man einen Kampf gewinnt, bekommt man Trophäen. Aber ansonsten bekommt man für diesen Kampf nichts. Heißt, wenn die Truhen-Slots voll sind und man gerade keine Kronentruhe bekommen kann, weil man sie erst, äh, gerade eben geholt hat, macht das eigentlich nicht wirklich Sinn, zu kämpfen, zu spielen. Das heißt, so, so ein bisschen der Farming-Aspekt wie in Clash of Clans, der fehlt mir noch so ein bisschen. Aber das werden wir im Laufe des Let's Plays, glaube ich, dann noch merken. Da-da-da-dam. Gegen, äh, Reiki, Reiki99 oder so. Der hat selber auch 90 Pokale, also genauso viele wie wir. Wir setzen unseren Minipacker rechts unten hin. Oh, er hat eine Koboldhütte. Das ist natürlich interessant. Riesen vorneweg. Und den Bomber hinterher, der ist für die Bogenschützen dann zuständig. Die kleinen Kobolde machen links, äh, mit ihren Sperren immer mal wieder so ein bisschen Schaden. Das ist, äh, nicht so super, denn die können auf Dauer echt, echt, äh, viel, äh, Schaden machen. Wir bekommen hier den rechten Turm schon relativ einfach. Sehr gut. Und dann setzen wir hier mal unser Drachenbaby. Der dürfte sich da um die, äh, Hütte kümmern, würde ich sagen. Ja. Er fliegt jetzt auf die Hütte zu und macht der Hütte mal ein bisschen Schaden. Und dann dürfte die Hütte auch Geschichte sein. Sehr gut. Jetzt hat der Gegner auf der rechten Seite eine neue Hütte gebaut. Jetzt überlege ich mir, wir lassen die Hütte einfach mal, wir lassen sie einfach mal. Die soll uns jetzt mal nicht interessieren. Äh, aber die, die Musketierin, die interessiert uns. Hm, äußerst blöd. Komm schon, komm schon meine Kobolde. Na, sie haben es natürlich nicht geschafft. Die Musketierin alleine macht sehr, sehr viel Schaden. Das müssen wir jetzt einfach einstecken. Weil ich gerade auf der linken Seite gepusht habe. Das müssen wir jetzt leider, leider, leider einstecken. Dafür muss unser Riese auf der linken Seite hier den ganzen Job machen. Und unser Minipacker sollte jetzt eigentlich hinterherlaufen. Und jetzt setzen wir unser Drachenbaby, um hier noch mehr Druck zu erzeugen. Unser Minipacker dürfte jetzt auf den gegnerischen Turm gehen. Ja, 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 komm schon. Dann setzen wir noch einen Minipacker hinterher. Und jetzt geben wir ihm mal ein, äh, ein Wow hier. Weil wir es können. Kobolde hinterher. Und ich glaube, das war's. Gutes Spiel. Wunderbar. Wieder drei Krone, dass das so gut läuft. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hm. Wunderbar. Sehr gut. Bitte bewerte. Ähm, nie. Dankeschön. Wow, Krone und Ruhe öffnen. Das war unser Tagesziel so ungefähr. Denn die öffnen wir jetzt mal. Fünf Karten insgesamt drin. Wir kriegen 76 Gold. Das können wir definitiv gut gebrauchen. Zwei Juwelen. Ja, okay. Hm, einen Ritter. Den können wir aber dann beim nächsten Mal verbessern. Kobolde. Vier Kobolde sogar. Die können wir gleich mal verbessern. Sperrkobolde. Vier. An der Zahl. Die haben wir jetzt freigeschaltet. Sperrkobolde sind allgemein, finde ich, eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Die sind sehr günstig. Wir schauen sie uns auch gleich nochmal an. Und einen Riesen. Definitiv nie schlecht. Wir haben jetzt die Sperrkobolde freigeschalten. Die verbessern wir auch gleich mal auf das Level 2. Fünf Trefferpunkte mehr, zwei Schaden pro Sekunde mehr und zwei Schaden. Die Sperrkobolde sind für ihre Elixierkosten ziemlich gut. Die kosten zwei. Und haben dafür einen Fernangriff. Und sind insgesamt, ich glaube, es, wenn man sie setzt, kommen drei. Anzahl drei, genau. Dann, die sind ziemlich gut, um die Gegner abzulenken. Oder auch um ein kleines bisschen Schaden zu machen. Auch gegen Lufttruppen sind sie sehr, sehr gut. Und die kann ich definitiv nur empfehlen. Wir verbessern jetzt einfach mal unsere Kobolde hier. Sehr gut. Haben wir wieder acht Trefferpunkte mehr, fünf Schaden pro Sekunde mehr und fünf Schaden so mehr. Und wieder ein paar EXP. Und wir sind unserem Next Level, Level 3, wieder etwas weiter entgegengekommen. Und was ich noch als kleines bisschen zum Schluss noch anmerken möchte. Wir können hier, ich habe das vielleicht schon gesehen. Ah, verschiedene Kampfdecks auswählen. Das war erst kürzlich ein Update. Und seitdem kann man hier verschiedene Kampfdecks bauen. Für uns macht das noch nicht wirklich Sinn, da wir mittlerweile nur insgesamt acht, neunzehn, elf Truppen haben. Aber wenn man dann wirklich mal 20, 30, 40 Karten hat und auch mit verschiedenen Kartendecks kämpfen möchte, dann switcht man hier einfach zu einem anderen Kartendeck, ersetzt aus diesem Kartendeck irgendwie was. Und spielt dann einfach mit dem anderen Kartendeck. Das ist definitiv eine sehr, sehr gute Neuerung, die jetzt erst kürzlich gekommen ist. Ja, und was ich vielleicht noch so zum Abschluss hier noch anmerken möchte. Uh, was ist denn das für eine Karte? Sie hat so eine komische, eine komische Form. Das, davon gibt es momentan erst zwei. Und die werden auch erst ab Arena 5 freigeschaltet. Das heißt, da ist es noch ein langer, langer, langer Weg hin. Aber das ist eine legendäre Karte. Legendär, ja, wow. Vielleicht schalten wir davon mal irgendwann eine frei. Ich hoffe es zumindest. Das wäre, das wäre wunderbar. Aber, wie gesagt, da ist es noch ein weiter Weg hin. Und das war es jetzt erstmal mit der ersten Aufnahmesession hier. Freut mich, dass ihr alle dabei geblieben wart. Und dann geht es das nächste Mal weiter, wenn ich meine ganzen Truhen hier verballert habe. Dann können wir in 23 Stunden und 25 Minuten wieder eine neue Kronentruhe kaufen, äh, gewinnen. Genau. Spielen, würde ich sagen. Und auch die anderen Truhen wieder öffnen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Videos hier auf Mothers Clash Channel.